Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der LANZ-TV natürlich mal wieder und es hat sich lange Zeit eigentlich wirklich wenig getan bei den Blackies in der aktuellen Sommervorbereitung für die Saison 2019-2020. Letzte Woche das Testspiel gegen Gleisdorf. Unter der Woche gab es dann auch einen weiteren Test gegen Ahmad Krosny, den man 0-3 verloren hat an der Stelle. Nicht weiter erwähnenswert. Und ja, ein, zwei jetzt nicht so wahnsinnig, wie soll ich sagen, wahnsinnig wichtige Abgänge, ohne die Spieler verunglipfen zu wollen. Oliver Philipp wechselt nämlich von Sturm Graz zu Blau-Weiß-Linz in die zweite Liga, war ja letzte Saison schon ausgeliehen an Wattens, ist mit den Tirolern aufgestiegen. Bei Sturm hat er aber keine Zukunft und auch Fabian Ehmann, schon ein bisschen länger her, der verlässt Sturm ebenfalls. Der geht nach Saloniki, nach Griechenland, eben zu Aris Saloniki und ja, verlässt die Blackies eben auch. Auch er war ausgeliehen in der Vorsaison an den SV Kapfenberg. Dann aber lange Zeit wirklich Leerlauf bis auf die Verpflichtung von Sarkic und ja, jetzt hat sich wieder was getan, denn Thorsten Röcher ist wieder zurück in Schwarz-Weiß. Der verlässt nämlich seinen bisherigen Klub, den FC Ingolstadt und kehrt zurück an die Ruhr. Der war ja schon in der Saison 2016, 2017 auf Scorer-Punktejagd bei unseren Blackies unterwegs und das sehr erfolgreich. Acht Tore, 17 Assists in, ich glaube, 37 Saisonspielen. Also das kann sich auf alle Fälle sehen lassen, konnte sich sehen lassen. Dadurch wurden ja auch die Begehrlichkeiten geweckt. Und der FC Ingolstadt hat ja dann auch für Thorsten Röcher die Ausstiegsklausel aktiviert, hat ihn dann eben nach Deutschland geholt und dort lief es für ihn überhaupt nicht. Drei Scorer-Punkte in der kompletten Saison, der Abstieg mit dem FC Ingolstadt in die dritte Liga und das will sich Thorsten Röcher nicht antun, verständlicherweise. Deswegen wechselt er zurück an die Muhr, erstmal nur auf Leihbasis für ein Jahr. Es gibt allerdings, wie man gehört hat, eine Kaufoption. Wie hoch diese ist, ist mir persönlich noch nicht bekannt. Ich tippe einfach mal, der Marktwert von Röcher ist bei 700.000 Euro, dass die Kaufoption deutlich niedriger sein wird. Denn sonst, sind wir ehrlich, hätte sie Sturm diese niemals leisten können. Aber auf jeden Fall ein Transfer, den ich persönlich begrüße. Man weiß um die Qualität von Röcher. Ich weiß, die Sache mit dem Stallgeruch ist immer so eine Sache. Gerade bei unseren Blackies. Aber unterm Strich, glaube ich, bei Röcher macht man nicht viel falsch. Also gerade auch diese Option mit der Laie, wenn es nicht hinhaut, ist jetzt auch nicht viel passiert. Und zumindest personell hört es sich ja besser an, als das, was man bis jetzt ja so auf dem Platz in der letzten Saison gesehen hat oder eben ja auf dem Spielfeld zu sehen bekommen hat. Also ich tippe einfach mal drauf, Thorsten Röcher und Sturm, das könnte wieder passen. Natürlich kommt es darauf an, wie schaut das mit der Fitness aus und so weiter. Aber ich glaube, da macht man nicht viel falsch. Für mich persönlich ist die Verpflichtung, ja, des Außenstürmers oder Flügelspielers, ja, jetzt nicht wirklich eine große Überraschung. Röcher könnte, wie gesagt, auch als Stürmer ja fungieren. Ich glaube aber eher, dass er auf der Außenbahn, ob jetzt links oder rechts, wird man sehen, erst mal geplant ist. Dann ein weiterer Name, der immer wieder in Graz, ja, gehört wird oder vernommen wird. Donis Aftiay. Natürlich, über den scheiden sich die Geister wie bei keinem anderen. Auf der einen Seite ein begnadeter Kicker, auf der anderen Seite, ja, infanterible. Also wirklich, den kann man in eine Kategorie vielleicht ja nicht unbedingt sportlich, aber jetzt von der Art her mit einem Mario Balotelli, mit einem Ibrahimovic. Also einfach, ja, einer Lautowic vielleicht, um ein paar Beispiele zu nennen. Der ist halt ein schwieriger Typ anscheinend. Auch bei seiner letzten Station in Holland, ja, wurde es für den Kosovo-Albaner nicht wirklich lustig. Bei Wilhelm Tve, da wurde er nämlich auch aussortiert, obwohl er gar nicht so eine schlechte Bilanz hatte. Ich glaube, sieben Tore und ein paar Assists in der letzten Saison, was ich so im Kopf gehabt habe. Und ja, trotzdem plant die Holländer nicht mehr mit Aftiay. Er wäre damit ablösefrei. Ist jetzt, glaube ich, 22 Jahre immer noch jung, aber eben schon ein bisschen älter als er damals, als er bei Sturm war. Das war, da war er, glaube ich, 17 oder 18 oder 19 herum maximal. Also ist noch nicht so lange her. Damals war er ja noch Spieler von Schalke 04 und eineinhalb Jahre an die Blackies ausgeliehen. Aber natürlich schon ein bisschen ein Abstieg, muss man ehrlich sagen. Wenn man sich das Ganze jetzt so ansieht, wie das dann für Aftiay gelaufen ist, der hat ja mal eine Ausstiegsklausel bei Schalke von knapp 50 Millionen Euro fast. Also, und jetzt eben ja zum ablösefreien Spieler, klar. Aber so schnell kann es gehen. Was spricht für und was spricht gegen eine Verpflichtung von Aftiay? Ich persönlich würde es riskieren. Leistungsbezogener Vertrag und dann einfach mal abwarten. Wenn das Ganze aufgeht, dann ist natürlich ein bisschen die Frage, wie lange man das Ganze machen könnte. Denn klar, wenn es funktioniert, dann will man auch Geld mit dem Spieler verdienen. Aftiay wird sicher nicht nach Graz kommen, um dort seine Karriere zu beenden. So realistisch muss man natürlich sein. Die Ansprüche sind definitiv auch andere. Aber wenn es funktioniert, klar, können beide Seiten davon profitieren. Das große Kontra ist ja eher so, ja, der Kopf. Anscheinend kann er sich einfach nicht wirklich integrieren. Hat sich bis jetzt bei jeder Mannschaft irgendwo unbeliebt gemacht, was man so hört. Hundertprozentig wieder belegen kann ich das nicht. Aber es hat halt immer wieder Unstimmigkeiten gegeben. Und das ist jetzt halt dann auch die Frage, ist Aftiay jetzt reifer geworden? Wäre das vielleicht ja jetzt die richtige Station für ihn? Ich persönlich glaube, mit Nesto El Maestro könnte das Ganze eben funktionieren. Er ist, glaube ich, schon eher, wie ich ihn einschätze in seiner kurzen Zeit in Graz, eher ein strengerer Trainer. Der legt schon Wert auf Disziplin. Also ich denke schon, dass El Maestro mit Aftiay klarkommen könnte. Und ja, vielleicht könnte es ja auch funktionieren. Torgefährlich, also unsere bisherigen Offensivleute, glaube ich, ist Aftiay auf alle Fälle. Und ja, er war ja auch bei Sturm jetzt nicht so schlecht dabei. Aber klar, ein bisschen weniger für die Galerie, mehr für die Mannschaft machen. Und dann könnte Aftiay auch wirklich eine Verstärkung sein, wenn es denn zu diesem Transfer kommt. Auf jeden Fall, ja, bin ich gespannt, was denn noch so alles passieren wird. Bevor ich das Video beende, vielleicht noch ganz kurz die Info. Zunächst mal ist der Cup-Gegner ausgelost. Ihr wisst es natürlich schon längst, es geht gegen Arniv. Gegen Arniv haben wir ja schon mal gespielt in der Saison 17, 18. Da wurde es wirklich mit Acht und Kaffern 2 zu 1 auswärts. Zulechner, damals noch der Goldtorschütze, was ich weiß. Oder ich glaube, der hat sogar zweimal getroffen. Auf jeden Fall war es ein hartes Stück Arbeit, damals in Grödig. Und ja, auch in der Europa-League-Qualifikation, da hat sich das Ganze langsam eingegrenzt. Der Gegner in der nächsten Runde ist entweder der FC Cliftonville aus Nordirland oder der FC Haugesund aus Norwegen. Also die spielen jetzt gegeneinander. Cliftonville hat nämlich den valisischen Kontrahenten ausgeschaltet, dessen Name mir vom Verein nicht einfällt im Moment. Relativ deutlich mit einem 4 zu 0 Gesamtscore. Und jetzt geht es eben gegen die Norweger. Und der Sieger spielt dann gegen uns. Das Spiel am 25. Juli auswärts und das Rückspiel am 1. August vor leeren Rängen ja leider in Graz. Soviel eben dazu. Ich glaube auch, das Video ist mittlerweile lang genug geworden. Ihr schreibt mir natürlich gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Aktuell sowieso die ganze Transferphase. Wer muss noch kommen? Auf welchen Position haben wir noch Handlungsbedarf? Was haltet ihr vom Transfer von Röcher? Was sagt ihr zu einer möglichen Verpflichtung von Donis Aftiay? Ja, und generell, wie schaut es mit der Vorfreude eigentlich auf die kommende Saison aus? Schreibt es mir, wie gesagt, in die Kommentare. Übrigens könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen. Das wisst ihr ja sowieso. Video liken und so weiter und gerne auch teilen. Also da bin ich euch auch nicht böse, wenn ihr das macht. Und die Glocke aktivieren. Ganz, ganz wichtig. Also, soviel eben dazu. Von dem her war es das jetzt aber schon wirklich von mir. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei TheLensTV. In diesem Sinne, euer Elias. Auf die Schwurzen natürlich. Und bis dann. Ciao, ciao.